Claudia Jung, mit bürgerlichem Namen Ute Krummenast, ist eine deutsche Schlagersängerin und Politikerin, die sowohl auf der Bühne als auch privat ein buntes Leben führt. Claudia wurde am 12. April 1964 geboren und entwickelte sich schnell zu einem Star der deutschen Schlagerszene. Mit ihrer süßen Stimme und ihrer fesselnden Bühnenpräsenz zog sie Millionen von Fans an. Allerdings erregte ihr Privatleben kürzlich große Aufmerksamkeit, als sie nach 27 Jahren Ehe ein schockierendes Geheimnis über ihren Mann preisgab. Claudia Jung und Hans Singer heirateten 1997 in einer Hochzeit, die als wunderschönes Showbiz-Event beschrieben wurde. Ihre Ehe wird von vielen Menschen bewundert, nicht nur wegen Claudias Beliebtheit, sondern auch, weil sie in dieser Beziehung scheinbar wahre Harmonie und Glück gefunden haben. Hans, ein erfolgreicher Geschäftsmann, unterstützte stets die Karriere seiner Frau und trat mit ihr bei vielen öffentlichen Veranstaltungen auf. Viele Jahre lang führten Claudia und Hans ein glückliches Familienleben voller schöner Momente und gegenseitiger Unterstützung. Fans sehen oft Bilder von ihnen zusammen, bei Preisverleihungen, Konzerten und sogar auf Familienausflügen. Die beiden scheinen die Verkörperung einer perfekten Beziehung zu sein, in den Augen vieler Menschen ein Traumpaar. Auch wenn es wie ein glückliches Paar aussieht, ist keine Ehe absolut perfekt. Seit kurzem hat Claudia das Gefühl, dass in ihrer Beziehung etwas nicht stimmt. Hans' kleine Gesten, seine verblassenden Gespräche und seine unbeabsichtigten Momente der Entfremdung weckten Claudias Zweifel. Sie bemerkte, dass ihr Mann nicht mehr so nah und fürsorglich war wie zuvor. Diese Manifestationen sind nicht nur normale Veränderungen, sondern auch Anzeichen eines größeren Geheimnisses. Claudia fragte sich, ob Hans etwas verheimlichte. Die langen, einsamen Nächte, die Zeiten, in denen Hans ohne ersichtlichen Grund zu spät nach Hause kam und die mysteriösen Anrufe, die er erhielt, verstärkten ihre Angst. Das Gefühl der Unsicherheit wuchs in Claudias Herzen. Sie versuchte viele Male mit ihrem Mann zu sprechen, um die Situation zu verstehen, aber Hans vermied es immer oder gab nicht überzeugende Gründe an. Dies macht Claudia noch misstrauischer gegenüber der Loyalität ihres Mannes. Nachdem Claudia monatelang in Sorgen und Zweifeln gelebt hatte, beschloss sie, sich der Realität zu stellen. Sie recherchierte und entdeckte schließlich die schreckliche Wahrheit. Hans hatte eine Affäre mit jemand anderem. Noch schockierender ist jedoch, dass diese Beziehung nicht mit einer Frau, sondern mit einem Mann besteht. Diese Nachricht war nicht nur für Claudia ein Schock, sondern auch für alle, die sie kannten. Auch ihre Fans waren von dieser Wahrheit schockiert. Die Ehe, die einst als vorbildlich galt, ist mittlerweile zu einem heiß diskutierten Thema in der öffentlichen Meinung geworden. Mit gebrochenem Herzen wurde Claudia mit einer Realität konfrontiert, die sie sich nie hätte vorstellen können. Hans' Beziehung zu dem anderen Mann war nicht nur ein emotionaler Verrat, sondern auch ein schwerer Schlag für ihre Ehre und ihr Vertrauen. In einem emotionalen Interview teilte Claudia mit, dass sie das Gefühl hatte, als würde die ganze Welt unter ihren Füßen zusammenbrechen, als sie diese Wahrheit erfuhr. Informationen über Hans' Beziehung verbreiteten sich schnell und lösten in der öffentlichen Meinung große Kontroversen aus. Claudias Fans, die sie über die Jahre immer unterstützt haben, waren schockiert und enttäuscht. Einige Leute kritisierten Hans für diesen Verrat, während andere mit ihm sympathisierten und sagten, dass er vielleicht all die Jahre eine Lüge über sich selbst gelebt hatte. Auch Claudias Familie war von diesem Ereignis unweigerlich betroffen. Ihre Verwandten äußerten ihre Enttäuschung und Sorge um ihre psychische Gesundheit. Sie waren in dieser schwierigen Zeit immer an Claudias Seite und halfen ihr, die herausfordernden Tage zu überstehen. Obwohl die Wahrheit ans Licht gekommen ist, hinterlässt dies immer noch ein großes Fragezeichen über die Zukunft von Claudia und Hans. Können sie diesen Schock überwinden und wieder glücklich werden? Oder wird es das Ende einer Ehe sein, die einst als ideal galt? Dies ist immer noch eine unbeantwortete Frage. Auch wenn sie in ihrem Privatleben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist Claudia entschlossen, sich davon nicht auf ihre Karriere auswirken zu lassen. Als starke und belastbare Frau verbrachte sie ihr Leben damit, eine Karriere in der Musik und in der Politik aufzubauen und wollte nicht, dass ihre persönlichen Probleme ihre Erfolge überschatten. Derzeit engagiert sich Claudia weiterhin musikalisch, tritt bei vielen großen und kleinen Veranstaltungen auf und erhält stets begeisterte Unterstützung von Fans. Sie engagiert sich auch ständig in der politischen Arbeit und kämpft für Themen, an die sie glaubt. In einem aktuellen Interview teilte Claudia mit, dass sie, auch wenn das Leben derzeit turbulent ist, immer noch dankbar für die Möglichkeit ist, so zu leben und zu arbeiten, wie sie es liebt. Sie glaubt, dass alle Schwierigkeiten vorübergehen werden und dass es wichtig ist, niemals aufzugeben. Auch beim Blick in die Zukunft ist Claudia Jung voller Hoffnung und Entschlossenheit. Sie weiß, dass ihr viele Herausforderungen bevorstehen, aber mit der Unterstützung ihrer Familie, Freundin und Fans glaubt sie, dass sie sie alle meistern kann. Ihr Leben mag sich nach dem, was passiert ist, für immer verändert haben, aber Claudia lässt sich dadurch nicht davon abhalten, ihrer Leidenschaft weiterhin nachzugehen und das Leben zu leben, das sie wählt. Ihre Musikkarriere entwickelt sich weiter und sie plant neue Musikprojekte, die den Fans qualitativ hochwertige und emotionale Produkte bieten sollen. Auch im politischen Bereich ist Claudia stets bestrebt, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, insbesondere in kulturellen und künstlerischen Belangen. Obwohl Claudia Jung eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens erlebte, behielt sie ihren Glauben und machte weiter. Sie hat bewiesen, dass Menschen trotz der großen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, dennoch aufstehen und ihre Reise mit Geduld und Entschlossenheit fortsetzen können. Nachdem Hans' Geheimnis gelüftet wurde, geriet Claudia Jung in einen Zustand tiefer innerer Kämpfe. Sie muss sich mit dem Scheitern einer Beziehung auseinandersetzen, die sie einst für ewig gehalten hatte. Die glücklichen Jahre mit Hans sind nur noch eine schmerzhafte Erinnerung und sie beginnt sich zu fragen, ob alles, was sie einst hatten, nur eine Illusion war. In den langen, einsamen Nächten stellte Claudia sich selbst Fragen und versuchte zu verstehen, warum das geschah. Sie erinnerte sich an jedes noch so kleine Detail ihres Ehelebens und versuchte, nach Anzeichen zu suchen, die ihr vielleicht entgangen waren. Diese Gedanken quälten sie ständig und führten dazu, dass sie sich zutiefst betrogen und verletzt fühlte. Allerdings gibt es auch Zeiten, in denen Claudia sich selbst die Schuld gibt und sich fragt, ob sie irgendetwas hätte tun können, um dies zu verhindern. Claudia erkannte jedoch, dass sie nicht weiter vor Schmerzen schwelgen konnte. Da sie eine starke Frau war, beschloss sie, sich von diesem Schmerz nicht zerstören zu lassen, sondern ihn in eine Motivation umzuwandeln, ihr Leben neu aufzubauen. Sie begann, Unterstützung bei ihrer Familie und ihren Freunden zu suchen, die in den schwierigsten Zeiten immer für sie da waren. Während Claudia versucht, die Wunden in ihrem Herzen zu heilen, sprechen die öffentliche Meinung und die Medien weiterhin über ihr Privatleben. Die Nachricht von Hans' außereheliche Affäre verbreitete sich schnell und die Presse nutzte ständig jeden Aspekt dieser Geschichte aus. Claudia versteht, dass sie als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nicht umhin kann, sich schwierigen Fragen der Presse und der Öffentlichkeit zu stellen. Doch Claudia beschloss, dem Ganzen mit Ruhe und Reife entgegenzutreten. In Interviews spricht sie offen über die Schwierigkeiten, die sie durchmacht, verhält aber stets den Respekt vor sich selbst und ihrer Familie. Sie wollte Hans nicht die Schuld geben oder ihn stigmatisieren, sondern zeigte im Gegenteil eine standhafte Haltung, dass sie ihr Leben und ihre Karriere fortsetzen würde, ohne von diesen herzzerreißenden Ereignissen betroffen zu sein. Für Fans ist Claudia zum Symbol für Widerstandskraft und Tapferkeit geworden. Die aufmunternden und unterstützenden Worte der Fans sind für sie zu einer großen Quelle der Ermutigung geworden. Claudia weiß, dass sie in diesem Kampf nicht allein ist und das gibt ihr die Kraft, den Weg nach vorne fortzusetzen. Claudia Jungs Leben nach der Enthüllung von Hans' Geheimnis ist eine herausfordernde und zugleich bedeutungsvolle Reise. Sie musste Verrat, den Schmerz des Verlustes und den Zusammenbruch dessen, woran sie einst geglaubt hatte, ertragen. Doch anstatt zu fallen, entschied sich Claudia, aufzustehen und das Leben mit einem starken und entschlossenen Geist fortzusetzen. Sie versteht, dass das Leben nie einfach ist und jeder mit seinen eigenen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Entscheidend ist nicht, was mit uns passiert, sondern wie wir darauf reagieren und es überwinden. Claudia entschied sich, der Wahrheit ins Auge zu sehen, das Geschehene zu akzeptieren und es als Motivation zu nutzen, weiterzumachen. Claudias Reise mag immer noch eine Herausforderung sein, aber mit der Entschlossenheit und der Unterstützung ihrer Fans wird sie auf jeden Fall weiterhin glänzen. Trotz allem, was sie durchgemacht hat, ist Claudia Jung immer noch eine starke, talentierte und zielstrebige Frau, die angesichts der Schwierigkeiten des Lebens niemals aufgibt. Niemals aufgibt. Ja, ich beginne wieder, um den Rhythmus beizubehalten. Ich würde mal sagen, das Erste, was man sich fragen muss, wollen diese Kolleginnen und Kollegen überhaupt sich damit auseinandersetzen oder nicht und sich mit Leuten, Leute ins Boot zu holen, die nicht schwimmen, die nicht ins Boot steigen wollen, da würde ich sagen, das ist enorm frustrierend für alle Seiten. Das führt eigentlich nur zu Ärger und Konflikten. Wenn die aber wollen, dann ist das das Vorgehen von Mikrofortbildungen in-house, das ist sehr, sehr hilfreich, dass man sagt, zeigt uns doch mal über Mittag oder in so kurzen Sequenzen, was macht ihr so im Unterricht, was funktioniert gut. Und wenn das nämlich Leute sind, die an derselben Schule arbeiten und das auch zeigen können, dann kann man wie nicht sagen, ja, das ist jetzt der Experte, der von da gekommen ist, der kann das, aber ich kann es nicht, sondern dann kann man wie sagen, okay, ich probiere es mal, weil ich habe jemanden im nächsten Zimmer, ich kann die fragen, wenn ich was nicht verstehe oder ich habe wirklich jemanden, die mir auch helfen kann. Also so zu zeigen, so Barcamp-mäßig zu zeigen, an der Schule haben wir ganz viele Ressourcen und ganz viel Wissen, was wir einsetzen können. Das ist das, was die meisten Schulen voranbringt, würde ich sagen, in meiner Erfahrung. Da würde ich jetzt gleich direkt anschließen wollen. Und das Barcamp aufgreifen ist tatsächlich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nach, eine Möglichkeit, wirklich Dinge anders zu erleben und Prozesse zu initiieren, die nachhaltig sind und wirksam sind. Also gerade bei dieser Frage, wie können wir die Angst vor Kontrollverlust nehmen? Barcamp ist völliger Kontrollverlust. Das heißt, du startest einen Tag, ohne ein wirkliches Programm zu haben und das erarbeitest du erst am Tag, also am selben Tag vor Ort mit den Leuten gemeinsam. Und das ist für die Menschen, die den Kopf hinhalten müssen, sehr, sehr belastend immer. Das erste Mal, die schwitzen immer ganz arg und rufen permanent an und mailen, ob es wirklich klappt. Und wenn sie es dann erlebt haben, ist es dann ein unglaubliches Erlebnis, was tatsächlich dann über die Phase hinaus einfach ganz lange prägt. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, der so eine Veränderung der Haltung und Sichtweise im Prinzip bewirken kann. Ich glaube aber auch, was gut ist, ich habe bei solchen Barcamps häufig, weil diese Barcamps häufig zum Thema Digital Transformation stattgefunden haben, habe ich meinen PULS-Vortrag vorher angesetzt. Und dann habe ich nochmal so ein gemeinsames Bild gezeichnet von einer digitalen Transformation, wo ich einfach aufgezeigt habe, dass ein kultureller Wandel stattfindet. Und in dieser Präsentation auch aufgezeigt habe, dass einfach gewisse Dinge, die einfach vorher schon da waren, nicht alles schlecht sind, sondern einfach zum Teil sich transformieren. Das heißt, wichtig war die Botschaft, dass den Leuten klar ist, dass Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon eigentlich ganz, ganz viel wissen und eigentlich dieses Wissen von der, wenn es sich wandelt und man mal gucken muss, an welcher Stelle wandelt es sich, an welcher Stelle kommt was Neues hinzu. Das ist also nicht so, dass ich von Null anfangen muss, sondern es ist einfach ganz viel Expertise da. Und dieses Wissen sich zu erarbeiten, das kann natürlich im Austausch, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, als auch mit so einem Rollenwechsel, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich jedem empfehlen würde und die wunderbar gelingt. Das heißt, ich muss gar nicht alles wissen. Das ist ja so ein Punkt dieser Kulturwandel, dass ich mich davor abschiede, als Lehrer zu sagen, ich bin überall der Beste, ich weiß alles genau.